Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Der Monat Juni ist jetzt vorbei und ich habe einiges aufgebraucht, deswegen siehst du jetzt mein Aufgebraucht-Video. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Achso, und eine Verlosung wird es natürlich auch geben. Und wie immer starten wir mit dem Gesicht. Da habe ich einiges aufgebraucht und zwar von Balea die Q10 Antifalten Augenpads. Da habe ich hier die 6x2 Stück leer gemacht, also 6 Anwendungen sind hier drin. Finde ich per se echt toll. Ich fand die auch super. Ich habe die morgens, ich habe die abends drauf gemacht. Ich habe die immer mal wieder verwendet zu verschiedenen Tageszeiten. Und fand sie auch vom Effekt her sehr sehr schön. Werde sie mir auch definitiv wiederholen, beziehungsweise ich habe aktuell noch einiges da, was ich von der lieben Marie bekommen habe, das werde ich jetzt aufbrauchen. Und wenn das leer ist, hole ich mir die auf jeden Fall nach. Das Einzige, was mich bei dem Produkt sehr gestört hat, ist jedes Duo, also immer wenn du zwei Viecher halt hast, die sind halt einzeln verpackt hier drin. Das ist ein bisschen viel, viel Müll. Weil du hast nicht nur dieses, was du als Müll hast, sondern du hast dann auch noch 6 einzelne Folien. Plus die 6 Folien, ja, 6 Folien, wo diese Pads drauf waren. Also ein bisschen viel. Aber vom Effekt her finde ich die richtig gut. So, und irgendwie muss man die ja hygienisch einpacken. Mensch, meine Stimme möchte heute noch nicht. Als nächstes habe ich einen sanften Augen-Make-up-Entferner von Nivea Lea gemacht. Den hatte ich in einem Trash-Paket. Und der ist extra für sensible Haut. Das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Der war echt gut. Gut, hat aber jetzt so wasserfestes Augen-Make-up nicht wirklich runtergenommen. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn du halt so für sensible Haut dir was holst. Dafür hat es aber wirklich die Augenpartie jetzt nicht irgendwie gereizgerötet oder sonst irgendwas. Fand ich sehr, sehr angenehm. Deswegen, ne, den werde ich auf jeden Fall euch empfehlen können. Der ist toll. Einen weiteren, ja, Make-up-Entferner-Reinigungsschaum von Balea habe ich leer gemacht. Mit Avocado und Honig. Das ist ein Reinigungsschaum, milde Reinigung mit Honig und Avocado-Extrakt. Für normale und trockene Haut. Den fand ich super. Ich habe das, oder ich handhabe das immer so, dass ich diese flüssigen Make-up-Entferner vor dem Duschen verwende, um mein Augen-Make-up runterzunehmen. Und um gegebenenfalls ein etwas hartnäckigeres Lippen-Make-up runterzunehmen. Und alles, was so meine Gesichtspartien angeht, mein ganz normalen Make-up, ne, Foundation und so, nehme ich dann mit solchen Produkten, mit einem Schaum oder mit einem Gel unter der Dusche runter. Dafür verwende ich dann ein Waschi, wo ich das draufgebe und dann unter der Dusche einfach mein Gesicht damit reinige. Und ja, oder halt so einen Cognac-Schwamm von Garnier habe ich aktuell auch unter der Dusche. Das ist der hier, Moment. Genau. Den habe ich jetzt aktuell unter der Dusche. Und ja, damit funktioniert das sehr, sehr gut. Das ist sehr angenehm für die Haut. Und das ist tatsächlich auch der Cognac-Schwamm, den mir bislang am besten gefallen hat. Und da muss ich auch wirklich sagen, sehr gute Empfehlung. Hatte ich auch in einem Tauschpaket, beziehungsweise in einem Geburtstagspaket drin. Ja, den hatte ich in einem Tauschpaket drin. Alle beide Produkte super toll. Kann ich euch wirklich ans Herz legen, empfehlen, wie auch immer. Und ja, hat beides Spaß gemacht zu benutzen, beziehungsweise den benutze ich ja noch. Dieses Reinigungsgel von Moi hatte ich auch in einem Trash-Paket mit drin. Und das ist ja von Stephanie Giesinger. Und das habe ich noch nicht aufgebraucht. Das habe ich bislang nur umgefüllt, weil mir dieser Pumpe auf die Nerven gegangen ist. Du hast da jedes Mal, wenn du halt drauf gedrückt hast, so eine Erbsenmenge, wenn überhaupt, rausgekriegt. Und das hat mich so wahnsinnig gemacht, weil ich habe dann ja meinen Cognac-Schwamm, wo ich das drauf mache und dann auf mein Gesicht das so einmassiere, hat mich wahnsinnig gemacht. Du hast hier ja auch diese Glitzerpartikel mit drin, da siehst du nichts mehr von. Das ist einfach nur jetzt Optik für in der Flasche. Die machen gar keinen Sinn, die hätte man auch einfach weglassen können. Ja, aber von der Reinigung her finde ich den sehr angenehm. Er tut meiner Haut gut, es ist sehr, sehr schön. Ich kriege da keine Pickel oder sonst was von oder Rötung. Und es ist eine schöne Reinigung. Joa. Dann habe ich dieses Produkt leer gemacht. Das hatte ich in der Vegan Beauty Basket, glaube ich, drin. Von BOW Skincare Hydrating Rose Mist. Das war ein Spray. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe ja mein Rosenwasser, was sehr, sehr vergleichbar mit diesem Produkt ist. Und das hier habe ich einfach dann benutzt, wenn ich das einfach nur aufs Gesicht aufgesprüht habe, zum Beispiel nach dem Duschen oder so. Einfach, um nochmal ein bisschen Vorfeuchtigkeit in das Gesicht reinzubekommen. Und danach habe ich meine ganz normale Reinigungs-, ach Quatsch, Tages-, Nachtcreme, meine Cremes halt verwendet. Was rede ich hier? Okay, hier waren drin 30 Milliliter. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu benutzen. Und ja, ein Produkt, was man jetzt nicht unbedingt haben muss, weil es nicht den Effekt gebracht hat, den man für den Preis vielleicht erwarten könnte, ist hier von Estee Lauder das Advanced Night Micro Cleansing Foam Ding. Deswegen, das ist hübsch, ja, sieht ganz nett aus und macht sich auch schön unter der Dusche, wenn es dort steht und darauf wartet, auf einen Waschi oder auf einen Kognak-Schwamm gegeben zu werden, um mit der Haut eins zu werden. Aber es ist sau teuer. Und da kann ich doch lieber den Balea Avocado Reinigungs-Jean nehmen. Meine Meinung. Ja, also dafür war es das Geld halt nicht wert. Ich weiß gar nicht, ich hatte das auch irgendwie in einem Wandel mal mit drin, als ich halt so ein Set von Estee Lauder mir gekauft habe. Also, ja, ne, aber hat gut gereinigt, hat nachher auch so ein sehr, sehr gereinigtes, fast quietschiges Gefühl auf der Haut hinterlassen, sodass du das alles, also es hat sich angefühlt, als hättest du richtig dein Gesicht mit Seife gereinigt. Also das auf jeden Fall, ja. Aber ist jetzt kein Produkt, was ich mir nachkaufen würde. Dafür ist es einfach zu teuer. Ein absolutes Flop-Produkt sind diese Streifen. Das sind Augenbrauen-Enthaarungsstreifen. Die habe ich auch in einem Video tatsächlich mit euch verwendet. Da hat es auch noch super funktioniert. Problem. Wenn du nicht aufpasst, dann reißt es dir leider die Haut ab. Also das ist bei mir auf jeden Fall so passiert, ne. Also die enttarnen dir die Augenbrauen super. Also hat mir super meine Härchen da rausgerissen. Und ich habe die auch wirklich gerne verwendet. Ich habe die regelmäßig verwendet. Ich fand die super. Bis ich irgendwann mal, mir da echt, ich weiß nicht, so, also von hier bis hier, das war hier an dieser Stelle, habe ich mir echt so einen richtigen Cut reingemacht, ne. Ich habe mir richtig die Haut rausgerissen. Nie wieder. Also nie wieder mache ich das. Ich bin ja sonst sehr robust, was Haare entfernen angeht bei mir, ne. Ich epiliere mir meine Oberlippe. Ich epiliere hier zwischen, ne. Ich wachse da gerne rum. Ne, mache ich aber nicht mehr, weil meine Haut da scheinbar so dünn ist, dass sie mir dann schnell abgerissen werden kann. Also, nein. Nein. Tschüss. Keine Empfehlung. Auf gar keinen Fall, Leute. Nein. Ein Produkt, was ich halt okay finde und es halt ab und zu mal benutze, ist hier von Isana Young, die antibakteriellen Antipickelpatches. Das sind die hier, die halt mit Sonne, Mond und Sterne, keine Ahnung, mit so verschiedenen Formen in der Packung drin sind. Die machst du dir halt über Nacht einfach auf so einen Pickel drauf. Lässt es halt so drauf und morgens ist der entweder von alleine schon geöffnet, sodass das ganze Ibar rauskommt und der halt dann quasi, ne, weggewischt werden kann. Oder er ist halt, ähm, das ist so eklig, im Endstadium und kann halt entfernt werden. Mensch. Soll man nicht machen, aber rein theoretisch, ne. Ähm, ekelhaft. Aber gut, ja. Generell ein gutes Produkt. Aktuell verwende ich nicht so viele davon, muss ich gestehen. Ich habe zwar ziemlich viele Pickel, aber ich habe das eigentlich nur verwendet, wenn ich mal vereinzelten Pickel hatte. So ist es. Ich habe sehr, sehr viele durch meinen Pille absetzen, hier im Kinnbereich und ich will jetzt nicht mal ein ganzes Kinn mit solchen Patches vollkleben. Wenn ich ein Oschi habe, dann mache ich die drauf. Dann funktioniert das auch, dann hilft das auch, aber aktuell müssen meine Hormone sich erstmal finden. Ich denke, dass ich die erst irgendwann mal wieder verwenden kann, wenn mein Hormonaushalt wieder in Ordnung ist. Und, ähm, ja, es bringt einfach nichts. Wenn ich jetzt den Pickel wegmache, habe ich morgen woanders wieder ein. Also, sein lassen, in Ruhe lassen, die Haut in Ruhe lassen, arbeiten lassen und sich dran gewöhnen, dass sie einfach eine Hormonumstellung hat. Mensch. Genau. Das ist aber an und für sich ein gutes Produkt, was ich auch jederzeit wieder verwenden werde. Ich habe da auch noch ein Backup von bei mir im Badezimmerschrank. Also, von daher, ne? Gutes Produkt, aber aktuell für mich nicht so anwendbar. Diese Augencreme von Lovely fand ich tatsächlich auch sehr lovely, sehr schön. Ähm, bei weitem nicht so gut wie meine Klinik Moisture Moisture Surge Augencreme, die ich aktuell, äh, ja, in mehrfacher Ausführung, ein Backup, da habe. Ähm, ja, aber die habe ich leer gemacht. Das ist die mit Manuka-Honig. Fand ich sehr angenehm. Gerade jetzt in der Zeit, wo meine Augenpartie echt sensibel geworden ist, ne? Das hat hier diesen, äh, Applikator, wo du es rausdrücken kannst, wo du dir es so schön drauf machen kannst und dann ganz sanft mit den Fingern das einmassierst und, ähm, ja, es gibt ein schönes Strahlen. Es pflegt die untere Augenpartie bei mir und hat auch Trockenheitsfältchen vorgebeugt und sowas alles. Also, definitiv ein Produkt, was ich empfehlen kann. Als letztes im Bereich Gesicht habe ich hier ein Gesichtsöl, ähm, was ich dann wirklich mit Mühe und Not aufgebraucht habe, weil ich hatte das relativ lange schon bei mir im Schrank stehen und wollte es einfach auch aufbrauchen und verwenden als Gesichtsserum halt, ne? Ähm, das ist von Mitchell & Peach Flora No. 1 Fine Radiance Face Oil. Das hat meiner Haut wirklich auch sehr viel Feuchtigkeit gegeben. Ähm, jetzt aber, wo es richtig warm wird, wo wirklich der Sommer kommt, brauche ich jetzt nicht solche Produkte, solche öligen Produkte, weil meine Haut ölig genug ist oder halt, ähm, nicht mehr so trocken ist, wie sie zum Beispiel jetzt am Jahresanfang war. Das heißt, äh, ja, ist aufgebraucht, kommt mit einer Pipette, war auch super. ne, also gerade als meine Haut so sensibel war, hat das wirklich gut getan und ja, die Pipette ist auch so ein bisschen abgeschrägt, also mir hat das persönlich richtig gut gefallen. Ich kann es aber definitiv nicht für ölige Haut empfehlen oder für fettige Haut ähm, ähm, und jetzt ist es halt aktuell da sind vier Sachets drin, die habe ich alle aufgebraucht in diesem Monat, also da war ich sehr fleißig, hat mir sehr gut getan. Also, die habe ich zum Beispiel auch unheimlich gerne verwendet, wenn ich mir eine Haarkur reingemacht habe. Hallo, hast du mich wieder hell? Danke. Claudia redet mit ihrer Kamera. Läuft. Ähm, genau, die habe ich, wenn ich eine Haarkur reingemacht habe, dann einfach auch parallel auf mein Gesicht gegeben, habe die einwirken lassen und dann alles zusammen abgespült. Also, wirklich eine tolle Geschichte, auch nur eine Minute, vollkommen praktisch. Die wird richtig warm. Die macht dir echt die Unreinheiten schön weg. Ne? Nicht alles, aber doch einiges. Auf jeden Fall ein sehr gutes Produkt, was ich euch mega ans Herz legen möchte. Dann habe ich, äh, gemacht die Aktivkohle-Crememaske von Shams. Das waren ja zwei Stück in dieser Packung drin. Habe ich beide verwendet, hat mir sehr gut gefallen. Eine habe ich mit euch zusammen gemacht, als ich die, äh, Box ausgepackt habe und eine habe ich dann danach nochmal gemacht. Die reduziert Hautfett, wirkt antibakteriell und ist gegen Unreinheiten. Ja, definitiv. Danach hat sich meine Haut geklärt angefühlt und sehr schön angefühlt. Kann ich empfehlen. Shams-Masken sind großartig. Von Clarins das Hydra Essential Augenmask-Ufie. Das hatte ich auch mal irgendwo mit. Ich glaube, bei einer Douglas-Bestellung als Goodie hatte ich das mit dabei. Ähm, habe ich als Augenmaske verwendet, hat mir das dann hier unter die Augen halt gegeben, habe das dann so 20 Minuten einwirken lassen. In der Zeit habe ich mich eingecremt, mir die Haare gemacht und so weiter. Und in der Zeit hat es sehr schön Feuchtigkeit gespendet. Kann ich sehr empfehlen. Ist ein tolles Produkt, ist aber ziemlich teuer. Äh, fand ich von der Wirkung her besser als die Q10 Balea Augenpads auf jeden Fall. Dann habe ich letztens erst gemacht von Isana die Tokyo Tuchmaske mit sofort frische Kick 24 Stunden Hydro Intensiv-Effekt mit Aloe Vera. Das war eine Limited Edition, die werdet ihr so auch nicht mehr bekommen. Ähm, die war sehr trocken und das Vlies war sehr, sehr dick. Ähm, das hat mir nicht so gut gefallen, als ich das, also ich habe dann während der Zeit auch gedacht, so Leute, das funktioniert hier nicht. Also ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt. Als ich das aber abgemacht habe, war meine Haut mega gut mit Feuchtigkeit versorgt. Da war ich echt baff, ne? Also das hat dann doch sehr gut funktioniert. Wahrscheinlich hat meine Haut in dem Moment die Feuchtigkeit einfach so ingesogen und deswegen war dann halt irgendwie das Vlies so schnell trocken. Ich weiß es nicht, aber naja, war auf jeden Fall so gemischte Gefühle mit dem Ding. Manchmal post ich übrigens auch irgendwie so Masken, wenn ich sie trage, auf Instagram. Da kannst du mir gerne folgen. Da heiße ich AIDUALC P. Das ist Claudia rückwärts und P dahinter. Das schreibe ich dir auch hier nochmal rein. Folgt mir gerne. Dann habe ich von Garnier Skin Active die Hydra Bomb Tuchmaske gemacht. Die ist mit grünem Tee und Hyaluronsäure gewesen. Die war richtig toll. Eie war die toll. Die hat meiner Haut so viel Feuchtigkeit gegeben. Die war richtig angenehm. Boah! Die mochte ich gerne. Ich glaube, die habe ich auch von der lieben Marie bekommen. Also Wahnsinn. Die hat richtig schön Feuchtigkeit gegeben. Das hast du noch richtig lange gemerkt. Also kann ich wirklich empfehlen. Als nächstes habe ich hier wieder von Sheldons eine Aktivkohle Multimaske. Da hast du sowohl für die Wangen und für den Hals so eine Crememaske als auch für die T-Zone eine Peel-Off-Maske. Die habe ich ja auch mit euch zusammen gemacht. Fand ich zwar ein bisschen freaky vom Aussehen her und ein bisschen umständlich, weil du zwei verschiedene Maskensorten hattest, die du abnehmen musstest. Aber sie hat mir gut gefallen. Das muss ich wirklich sagen. Also kann ich mich nicht beschweren. Hat meine Haut gut gereinigt. Und hier steht auch drauf reinigt tiefenwirksam, bückt Unreinheiten vor und reduziert Hautglanz. Ja, definitiv. Also hat gut geholfen. Meine Lieblingsmaske habe ich gemacht von Neutrogena, die Hydro Boost Maske. Ich glaube, da muss ich nicht allzu viel zu sagen. Sie ist einfach göttlich. Das ist eine zweigeteilte Gelmaske mit Hyaluronsäure. Die spendet Feuchtigkeit. Die ist geil. Die kühlt dir die Haut so geil, wenn du einfach im Sommer diese Maske verwendest und sie einfach vorher im Kühlschrank hattest. Leute, mega. Kann ich euch nur empfehlen. Die war echt toll und ja, immer wieder gerne. Ich habe ja noch ein paar Backups. Dank Marie. Ja, dann habe ich mit euch eine Maskenwoche zusammen gemacht beziehungsweise fünf Masken verwendet. Das war ja nicht innerhalb einer Woche, sondern über einen längeren Zeitraum und da habe ich einmal die AdBare Peeling Maske gemacht. Die reinigt sanft und poren tief. Die fand ich super. Die hat mir gut gefallen. Da hast du sowohl ein Peeling als auch eine Maske. Die hat echt ein schönes Hautbild gegeben. Also die war echt top. Eigentlich waren alle top. Kleiner Spoiler, ne? Dann die Egg Cream Mask, die halt eigentlich zu Porenbefeinerung da sein soll mit Eiweiß und Essig. Auch die fand ich super. Die war so geil durchfeuchtet, Leute. Ich sage euch das. Also so viel Serum auf dem Gesicht. Das war angenehm. Dann habe ich die, die leider ausverkauft ist, von Isana die Mixertuchmaske gemacht. Die habe ich ja von der lieben Jana mal geschickt bekommen mit Hyaluron und Vitamin C und das war halt wie diese Masken von Garnier, die du so zusammenknicken musst und dann musst du dieses Serum in das Vlies und dann drauf. Umständlich, ja. Nervig, ja. Aber super. Also das Ergebnis hat mir gut gefallen. Hat gut getan. Witzig fand ich die Animals Maske. Die fand ich richtig, richtig witzig. Die hat mir gut gefallen. Hat aber auch witzigerweise gepflegt. Also das ist, ja, war schon cool. Und von Cardia Vera habe ich die Rosenwasserhydrogelmaske gemacht. Auch das eine zweigeteilte Maske. Die Maske hat dann auch so ein, ja, dezentes Spitzenmuster. Ist halt ein weißes Spitzenmuster und auf meiner sehr weißen Haut siehst du da nicht allzu viel von. Aber sie hat auch sehr gut getan. Ja. Für den Bereich Masken packe ich in die Verlosungsbox diese zwei Masken. Die, von der ich euch eben schon erzählt habe und die hier. Das ist mit einem coolen Motiv drauf. Weiter geht es mit den Haaren. Da habe ich diese zwei Schätze einmal leer gemacht. Das ist von Goul. Einmal Repair & Balance Shampoo mit Manuka-Honig und Milch und die dazu ja nicht ganz passende Spülung, wie ich gerade sehe. Das ist die Tiefenaufbau-Repair-Spülung Repair. Repair-Spülung für beanspruchtes, strapaziertes und geschädigtes Haar mit Monoir-Öl. Habe ich mir viel mehr von versprochen, als letztendlich dabei rumgekommen ist. Das fand ich ein bisschen schade. Ich dachte vom Geruch her, boah geil, das riecht so schön blumig, das wird meine Haare so pflegen und mich einfach in den Spa des Jahrtausends heben. Nee, leider nicht. Also ich war echt enttäuscht davon. Fand ich schade. Echt. Also die haben meine Haare jetzt bei weitem nicht so glänzend gemacht oder so weich, wie auch immer, wie ich es halt haben möchte. Also werde ich mir definitiv nicht nochmal holen. Leider. Das ist immer so schade, wenn ich das sage, finde ich. Naja, von John Frieda hatte ich aber was in der Box, was ich super fand. von Frizz Ease, die Wundereparatur, Shampoo und Spülung. Die beiden fand ich super geil. Boah, die habe ich nämlich, nachdem ich die Guldinger benutzt habe, benutzt. Und die fand ich großartig. Doch, die haben mir richtig so Griffigkeit gegeben, die haben mir das aber auch gleichzeitig weich gemacht, die haben meine Haare so schön gemacht. Die mochte ich gerne leihen dadurch. Also geile, geile, geile Produkte. Wirklich, die habe ich gerne benutzt. Die fand ich super. Fand ich vom Duft her so schön. Die haben gerochen wie Friseur. Boah. Ja, wie Friseur, Leute, ich sage euch das. So hammer lecker. Hat mir gut gefallen. Hat mich gefühlt, als würde ein Friseur mich gerade ganz frisch frisieren und meine Kopfhaut durchkneten. Und die waren toll. Echt. Und die haben gut gepflegt. Also, ne. Ein Produkt, was ich okay fand, aber ich bin auch kein Trockenshampoo-Mensch, Leute. Von Langhaarmädchen das Trockenshampoo pure Frische. Ja, also das habe ich ab und zu mal am Wochenende verwendet, wenn ich da mal Bock drauf hatte und wenn ich es wirklich hingekriegt habe, auch zu sagen, okay, ich wasche mir jetzt mal einen Tag nicht die Haare, dann habe ich das reingesprüht und ja, was hat das gemacht? Das hat gemacht, dass es nicht mehr so fettig aussieht. Ja, ich bin kein Fan von Trockenshampoo und ich bin auch kein Fan von jeden Tag duschen. Ich will jeden Tag duschen und ich will jeden Tag meine Haare waschen, weil ich das einfach mag und weil ich mich dadurch frischer fühle. Ich bin mittlerweile 30 Jahre alt. Ich glaube, da kann ich auch sagen, nee, du ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf. Ich mache das so, wie ich mich wohlfühle und das tue ich auch. Ein All-Time-Favorite von mir ist von Glisskool Liquid Silk Express Repair Spülung. Ja, also da ist es mir relativ egal, welche Sorte ich da nehme. Wichtig ist da für mich eigentlich nur der Duft und dieses hier ist halt gut riechen. Das ist sehr sanft und fruchtig, blumig, ja blumig, ja blumig. Und dann kann ich das halt nach dem Duschen in meine Haare reinsprühen und komme da halt durch, weil wie ihr seht, sie sind lang, ich muss da ja irgendwie durchkommen und auch wenn ich Shampoo und Spülung unter der Dusche verwende, ich komme nicht durch meine Haare durch mit einer Bürste. Da ist dann so ein Produkt einfach für mich ein Muss. Und deswegen wird es immer wieder verwendet und das von Disco mag ich am liebsten. Dann habe ich hier diese Invisi Bubbles aufgebraucht, sofern man das kann. Also sie sind halt irgendwann ausgeleiert. Hatte ich auch in der Box mit drin, das sind ja sechs Haargummis hier drin gewesen und zwei davon hatten so einen Avocado Charm. Also das fand ich ziemlich überflüssig. Das war halt so ein goldener Avocado Anhänger, der halt an diesem Invisi Bobble dran war. Nee, ich, nee, bin da kein Fan von. Also die waren halt auch Aprikosefarben. Fand ich von der Farbe her schön, hat gut gepasst. Invisi Bobbles immer wieder gerne. Ich habe jetzt auch gerade die Türkisen in der Anwendung. Genau, das liegt da hinten gerade. Und wenn die halt irgendwann so ausgeleiert sind, dass meine Haare da halt nicht mehr Halt haben und sie sich auch nicht mehr in heißem Wasser zurück in ihren Urzustand versetzen lassen, dann kommen die halt weg bei mir. Dann ist das nun mal so. Die Invisi Bobbles reißen bei mir nie, das muss ich auch sagen. Die einzigen, die bei mir reißen, sind die, die ich mir vom Teddy oder so hole, die halt ein bisschen günstiger sind, die reißen dann auch mal ganz gerne. Aber die Invisi Bobbles, die halten und halten und halten, sind aber irgendwann ausgeleiert und dann sind sie auch gebraucht. Eine Haarmaske habe ich verwendet von Eco Infusions. Auch die habt ihr zusammen mit mir gesehen in meinem Masken-Video. Das Thermal Treatment Wrap Detox and Balance Mask. Ich habe mich ja gefreut wie ein Schnitzel, als ich das in der Box drin hatte. Dann habe ich es angewendet und ob ich die jetzt angewendet hätte oder nicht, es hat keinen Unterschied gemacht. Ja, da hätte ich genauso gut halt auch einfach eine ganz normale Haarmaske nehmen können, die im Pott drin ist, die viel günstiger ist, wo ein ganzer Pott so viel kostet wie dieses Teil. Muss jeder für sich selber wissen. Also ich fand die jetzt nicht so bombastisch umwerfend wie auch immer. Sie war okay, aber zu umständlich für das, was dabei rumkam. Und von Erhitzung kann man da nicht wirklich von reden. Ich habe immer wieder mal massiert und meinen Turban da auf dem Kopf durch die Gegend getragen, aber ne. Würde ich jetzt so nicht empfehlen. Für den Bereich Haare packe ich euch einfach mal ein Haarband mit in die Verlosungskiste. Das habe ich tatsächlich doppelt, weil ich die Box, wo das drin war, doppelt bekommen habe. Das eine davon hat meine Schwägerin bekommen, meine Schwägerin in Spä, und das andere kann einer von euch gewinnen. Der Bereich Haushalt fällt dieses Mal relativ klein aus. Da habe ich einmal so eine Kosmetiktücherbox, die im Mops Design, die hatte ich, ja, hier stehen oder auf meinem, ne, die hatte ich tatsächlich im Wohnzimmer stehen, genau. Kaufe ich immer wieder nach, das sind die von Ebelin, finde ich einfach praktisch. Also ich habe so, so viele Produkte, die ich jetzt auch schon umgestellt habe, wo ich auf umweltfreundlich reduziere und so. Jeder tut, was er kann. Und ich kann zum Beispiel garten. Ich gebe Bienen und Schmetterlingen und Vögeln und Fledermäusen und allem Getier, was hier so ist, ein wundervolles Zuhause. Wir haben ein riesengroßes Grundstück, wo ich eine unfassbar schöne Blumenvielfalt habe, wo ich einen Teich habe, wo sich hier alles wirklich schön vermehren kann. Ich finde, da darf ich dann auch mal, was den Müll angeht, nicht immer auf die Bremse treten müssen. Auf jeden Fall habe ich eine Kosmetik-Tücherbox leer gemacht. Dann habe ich Klopapier leer gemacht. Oder wir filmen hier mehr. Das hier war jetzt in der Frühlingsedition. Ja, das war hübsch, das war bedruckt, das war halt eine Packung, die haben wir auch gebraucht. Ja, achso, ist von sagt und sicher, von DM. Hole ich immer wieder gerne, wenn wir halt gerade da sind und ich welches brauche. Und dann haben wir auch noch diese feuchten Reinigungstücher leer gemacht von Domol. Die sind mit Apfelduft. Die haben uns auch sehr gut gefallen. Die sind super, wenn du halt mal spontan Beruf, Besuch bekommst und mal eben den ganzen Gartentisch, die Stühle, wie auch immer sauber machen musst und, ja, oder mal eben über den Tisch oder mal eben irgendwas von Sammy wegmachen. Für den Bereich Haushalt habe ich hier ein Produkt, das möchte ich auch nicht verheimlichen, das hatte ich gratis, als ich tatsächlich bei DM etwas bestellt habe, in meiner Kiste und es ist ein Fächer. Ah, wundervoll, oder? Ja, genau. Der kommt auf jeden Fall mit in die Verlosungsbox. So, jetzt sind wir beim Bereich Körper und da zeige ich euch, ja, dieses Produkt, was ich euch jedes Mal in die Kamera halte. Es sind halt Slip-Einlagen von Yessa, das sind die flexiblen. Ja, brauche ich, benutze ich und fühle ich mich wohl mit und, ja, die sind gut, kann ich empfehlen. Sind für Slip und für Tanga sehr gut geeignet, also, ja, ne, damit fühlt man sich den ganzen Tag über frisch. Ja, der Sommer ist halt da, ne, also es ist heiß, dementsprechend habe ich auch einiges an Deo leer gemacht. Als erstes hier von IplusM Floral Swing, die Deo Creme, die habe ich benutzt, wenn ich quasi aus der Dusche kam und mir dann die Achseln eingeschmiert habe. Bestenfalls die frisch rasierten Achseln, ähm, weil das halt ja auch noch eine pflegende Creme mit drin hat. Ich finde, dass das Produkt vor Geruch geschützt hat, aber nicht unbedingt vorm Schwitzen, ne, es ist halt auch kein Antitranspirant, sondern, ähm, es hat halt einfach einen schönen Geruch, aber, ja, ne, es ist halt so ein Pöttchen, so ein Glaspöttchen und da ist halt die Creme drin und das macht man sich drauf und ich fand's okay, aber du hast halt trotzdem noch das Problem, dass du halt schwitzt. Du stinkst nicht dabei, aber du schwitzt trotzdem noch. Dann habe ich von, äh, Rexona Motion Sense das, äh, Linen & Dry Anti-Perespant, Anti-Transpirant, 48 Stunden Deolea gemacht, das hatte ich mal im Action, glaube ich, gekauft, äh, ja, 48 Stunden Line, ähm, aber Linen-Duft, ja, das ist halt, ähm, ein schwierig zu beschreibender Duft, weil der halt weder süß noch, äh, Moschus noch sonst irgendwas ist, das ist einfach ein sehr sanfter Duft, weiß ich nicht, halt ähnlich wie Kaschmir-Duft, ne, also das ist halt schwer zu beschreiben, ähm, ja, hat aber gut geschützt und, ja, fand ich ganz in Ordnung, noch besser, fand ich aber, äh, von Nivea das Dry Comfort, das Anti-Transpirant, Real Life Tested, 48 Stunden Protection, auch das glauben wir nicht, das hatte ich auf der Arbeit tatsächlich stehen und fand es sehr, sehr gut und es hat mich auch den ganzen Tag über geschützt, also das habe ich auch sehr, sehr gerne verwendet und dementsprechend kann ich euch das auch empfehlen, ein gutes, 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 gutes Produkt, ist halt nicht jetzt irgendwie ohne Aluminiumsalze, glaube ich, ich glaube, da sind welche drin, aber, dafür ist es halt wirklich schützend, ne, und das brauche ich doch manchmal. Dann habe ich ein bisschen was von Davida Cool Water Woman aufgebraucht und zwar, äh, beides Geruchsrichtung Wave, ähm, einmal das Duschgel und einmal die Body Lotion. Äh, die Body Lotion hat gereicht für einmal Körperengreben. Ich bin 1,73 Meter groß. Da ist sowas, so ein kleines Tübchen von 30 Milliliter nun mal ruckzuck leer. Ja, und das ist halt auch irre schnell eingezogen, weil das halt nicht so feuchtigkeitsspendend war, wie das bei anderen Produkten der Fall ist. Vom Duft her beides sehr, sehr gut. Also das hat natürlich, das Duschgel hat natürlich die Haut gereinigt, ja, ähm, aber es ist jetzt nicht mein Favorit, weil ich persönlich ja eher der blumige, fruchtige Typ bin und das ist ja eher in die frische Richtung. Ja. War mal irgendwo mit dabei, habe ich benutzt, fand ich okay. Ähm, also, ja, aber nicht umwerfend. Dann habe ich von, äh, Jill Sander Softly die Melting Body Milk aufgebraucht. Auch das war ja eine, ähm, ja, eine, eine Körpermilch, die halt zu einem Parfüm-Design wurde, dementsprechend ja auch den Duft davon hatte. Den Duft fand ich mega geil. Das war halt auch wieder ein sehr sanfter Duft. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Äh, von der Pflegewirkung her, naja, ne, das riecht wie frisch gewaschene Wäsche. Riechst Du auch nach frisch gewaschene Wäsche, wenn Du aus dem Badezimmer rauskommst. Also das fand ich schon ganz angenehm. Ähm, ja, aber, äh, würde ich mir jetzt so nicht nochmal nachkaufen, weil ich doch eher ein Fan von reichhaltigen Körperprodukten bin. So, auch im Sommer, ne, da brauche ich das auch. Dann habe ich, ja, es sind ziemlich viele Bodylotions, die ich leer gemacht habe, denn ich habe sehr trockene Haut, sehr trockene Körperhaut aktuell. Ähm, von Aveo, You are one in a melon. Das war so eine Limited Edition. Fand ich okay. Anfangs habe ich den Duft gefeiert ohne Ende. Ich fand den super. Richtig schön. Leicht nach Wassermelone. Aber sobald ich aus der Badezimmertür raus war, war der Duft weg. Das fand ich dann schon wieder irgendwie schade. Hm, war vielleicht so ein bisschen verwöhnt von dem Jill Sander Softly. Aber, ähm, da hatte ich mir irgendwie ein bisschen, ein bisschen mehr was Fruchtigeres von versprochen. Von der Pflegewirkung her war das gut, ja, aber vom Duft her ein bisschen zu wenig. Hätte ich mehr haben wollen. Naja, etwas, was dann auf jeden Fall mehr Duft gegeben hat, war hier von Rituals, The Ritual of Sakura Magic Touch Body Cream. Die war mega, mega pflegend. Hatte ich in einem Trash-Paket drin und ich habe mich sehr darüber gefreut. und ich habe mich auch jedes Mal gefreut, wenn ich diese Dose aufgedreht habe und ach, diesen ebenfalls frisch gewaschene Wäsche-Gefühl gepaart mit, ich glaube, ja, Cherry Blossom mit Kirschblüte. Ha, ha. Ja, genau, aber es war super geil. Also, wenn ihr mal so Geschenksets von Rituals seht und da diese Körpercreme mit drin ist, dann macht ihr auf jeden Fall demjenigen oder derjenigen, dem oder der ihr das schenkt, auf jeden Fall einen Gefallen, eine Freude. Ja. Dann habe ich, ja, aufgebraucht, in meine Schuhe gepackt. Diese Viecher, das sind Einlagen von Greenfeed, das sind Frotti-Einlagen, die hatte ich ja von Amazon gekauft, sind ziemlich schnell zugespackt, muss ich sagen, haben aber auf jeden Fall dabei geholfen, dass ich meine Schuhe barfuß tragen konnte. Also, ich konnte das vielleicht eine Woche in den Schuhen drin lassen und musste dann neue reintun. Das war ein bisschen blöd. Ja, aber wenn du Sneaker barfuß tragen möchtest und halt nicht deine Füßlis gerade da hast, sondern die Füßlis sind gerade alle irgendwie in der Wäsche und du willst trotzdem Sneakers barfuß tragen, musst du solche Einlagen nehmen und bei mir sind die halt leider echt schnell zugespackt. Das war schade. Aber ich glaube, das liegt eher daran, dass ich in der Mittagspause auch gerne mal am Kanal spazieren gehe. Da ist es dann nun mal spackig. So. Dann habe ich ein Produkt leer gemacht. Das ist ein Body Aftershave Balsam von Dr. Severin for Women mit Hamamelis, Menthol und Rosmarin. Ja, das war schön. Das hat vor allem, wenn man sich die Achseln oder den, ja, die Begini-Zone rasiert hat, sehr gut geholfen, dass du da keine Wickelchen oder sowas bekommen hast. Diese, ja, Reizung halt, ne. Hat aber nach Mann gerochen. Ei, ei, ei. Kommt sehr, sehr flüssig da raus. Sehr flüssig, sehr gelig und, ja, riecht aber voll nach Mann. Also das fand ich vom Geruch her blöd. Dann habe ich hier ein Produkt von Kneipp leer gemacht. Die Sekundenfußcreme, die war toll. Mit Zitronen, Verbene und Avocado Butter und, ähm, die habe ich tatsächlich auch irgendwann mal aus Versehen, so ein bisschen auf die Oberschenkel hoch einmassiert, ne. Also nicht mal auf den Füßen, sondern auch auf den Oberschenkeln. Und da habe ich mir selber einen kleinen Spickzettel gemacht. Die Vergangenheits-Claudi hat hier Zukunfts-Claudi wieder was geschrieben. Zieht sehr schnell ein. Oh ja, dafür steht sie ja auch. Sekundenfußcreme. Einmal aus Versehen auf den Unterschenkel angewendet. Sehr kühlend, super für den Sommer, reichhaltig und pflegend. Ja. Ne? So ist das Produkt. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ein weiteres Rasurprodukt habe ich leer gemacht. Leer gemacht. Verwendet und habe es auch noch unter der Dusche liegen. Das ist hier von Gillette der Skin Elixir Sensitive Ultra, äh, Extra Smooth Rasierer. Ja, was sage ich dazu? Also, ich habe hier normalerweise meinen Männerrasierer, den ich auch gerne verwende. Weil der toll ist. Weil der auch vibriert und dadurch die Härchen aufstellt und die Haut weniger irritiert. Dieses Produkt ist okay. Aber, weil er hat auch fünf Klingen, aber das Köpfchen ist mir viel zu flexibel, sodass ich manche Stellen einfach nicht so gut erreiche. Weil das Köpfchen die ganze Zeit am hin und her wubbeln ist. Das geht mir so auf den Keks. Ich werde das Ding so lange benutzen, bis die Klinge stumpf ist, ne, weil, ne, ist ja auch nicht günstig so ein Teil. Aber ich werde es definitiv nicht nachkaufen. Das war in der Box drin. Wenn es in der Box ist, wird es ausgetestet, wird es verwendet. Aber, Leute, ich benutze lieber meinen Männerrasierer. Der funktioniert einfach besser und ist nicht so verspielt mit hier so Gelviechern und Tüdelü am Kopf entlang und beweglicher Kopf und schlag mich tot, sondern es ist ein Viech, es ist ein Rasierer, den kannst du nehmen, den kannst du dich mit rasieren, der hat fünf Klingen, läuft. Brauchst nicht so einen Tüdelü und viel zu großen und viel zu flexiblen Kopf. Dann habe ich einen Wasserspray von Balealea gemacht, pure Erfrischung für Gesicht und Körper. Ich habe das tatsächlich verwendet, zum einen zur Make-up-Fixierung, das hatte ich hier nämlich stehen, zum anderen hatte ich das auch zeitweise mal im Büro mitgehabt und habe mich dann da einfach erfrischt und ich habe das benutzt, um meine Beauty-Schwäppchen nass zu machen, wenn ich zu faul war, um in das sehr weit entfernte Badezimmer zu laufen, um dort mein Schwäppchen nass zu machen. So, ja, gutes Produkt, würde ich definitiv empfehlen und weiter kaufen, nachkaufen und weiter empfehlen. Genau. Ob man allerdings Wasser nicht einfach in so eine Sprühflasche füllen kann und sich damit einsprühen kann, ne, jedenfalls, wenn es darum geht, dass man sich halt abkühlen möchte, das kann man natürlich auch tun, ne, das Ding ist einfach praktisch gewesen, weil es einfach hier stand. So, dann habe ich eine Zahnpasta leer gemacht von Elmix, die Sensitive Professional Repair und Prevent, die fand ich super, die hat meine Zähne super gereinigt und war so, so angenehm zum Zahnfleisch, die kann ich jedem wirklich empfehlen und denke auch drüber nach, sie mir in groß nachzukaufen, weil ich die echt toll fand, die hat mir gut gefallen. Und das letzte Produkt aus dem Bereich Körper sind von Alta Pharma Calcium und Vitamin D3 Tabletten, unterstützt den Erhalt von Knochen und Zehen mit Vitamin D3 für eine normale Calciumaufnahme. Jo, die habe ich benutzt, die fand ich okay, haben jetzt nichts irgendwie verschlechtert, dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, das hat mir wohl bestimmt dann irgendwie geholfen, ich habe mich dadurch weder schlechter noch besser gefühlt, aber jo, Vitamin D3, deswegen hatte ich es eigentlich gekauft und Vitamin D braucht man. Und für den Bereich Körper packe ich dir mit in die Verlosungskiste von Isana ein Duschgel. Don't worry, be happy. Spürbar sanfte Haut. Dann kommen wir nun zum Bereich Dekorative, Kosmetik und Co. Als erstes habe ich hier ein Parfüm von Rituals leer gemacht, das ist das Fleur de Limala, das fand ich super sanft, aber es hält nicht unbedingt lange an. Also, wenn ich mir das morgens drauf mache, ist es sehr schnell, weg, also so mittags spätestens ist es weg. Das fand ich ein bisschen schade, ja, da war mir das halt einfach nicht langanhalten genug, aber ich fand es einfach für den Moment sehr schön und weil es halt so klein ist, konnte man das halt auch in die Handtasche packen und immer wieder nachsprühen. Das fand ich ganz nett, das hat mir gut gefallen, da habe ich ja auch noch ein Backup da, das ist super. Dann hatte ich aber ein anderes Parfüm, was den ganzen Tag über gehalten hat und zwar von Uniq, dieses Parfüm, das ist Parfüm de Mali, das Delina. Leute, das ist so geil, Uniq ist ein Parfüm Abo, was man abschließen kann und das kostet dann irgendwie so 17,95 Euro im Monat und dann kannst du dir halt so eine Fiole von 8ml, müssten das sein, aussuchen, da kannst du entweder über so einen Duftfinder dir die Düfte vorschlagen lassen und da dann entsprechend was auswählen oder halt wirklich gezielte nachsuchen, das sind Nischendüfte, kann ich nur empfehlen, also das hier fand ich so geil, ich habe das im Rahmen einer Kooperation zugeschickt bekommen und habe das getestet und das hier war von den dreien, was ich zugeschickt bekommen habe, das was mir halt ja so ziemlich sehr 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 zugesagt hat, die anderen nicht so, das war mir zu männlich oder zu dezent, das hier war aber voll meins, also das Delina, das riecht so geil, das riecht so so leicht blumig fruchtig, aber eher ins blumige, sehr erwachsen, also auch ein Hauch orientalisch und ein bisschen Moschus ist da auch mit drin, also mir hat es sehr sehr gut gefallen, ich kann es den ganzen Tag riechen, aber es ist leider leer, ja, ein Puder habe ich leer gemacht, das habe ich euch auch gefühlt tausendmal in die Kamera gehalten, von Manacadar, das Step Dry, Step, Step 3, was ist hier los, Perfect, das Puder, genau, das HD Perfecting Powder, das habe ich letztens in einem Trash-Paket wieder drin gehabt, in Original verpackt, ich freue mich wie Bolle, es ist so ein geiles Puder, also du kannst noch so eine verhunzte Foundation haben, du nimmst dieses Puder, machst es drüber und es sieht auf einmal alles super aus, also Wahnsinn, ich finde es großartig und ich bin so froh, dass ich jetzt noch ein Backup davon im Schrank habe und ich werde es so lange hüten, wie ich kann, ja, richtig, richtig geil, tolles Produkt. Dann habe ich die They Are Real Mascara von Benefit, da war nicht so viel mehr drin, die hatte ich ja in einem Trash-Paket und die habe ich jetzt komplett leer gemacht, die fand ich eigentlich ganz gut, also ich glaube, die war ein bisschen eingetrocknet, deswegen hat die halt so ein bisschen auch verklumpt, die hat hier vorne so ein Alien-Feed dran und ansonsten halt so Gummibürstchen, also fand ich super, hat bei mir auch ein gutes Ergebnis erzielt. Dann habe ich ein Fixing Spray leer gemacht von Revolution, das Sport Fix Extra Hold, schlag mich tot, auch das habe ich euch hundertmal in die Kamera gehalten. Das war das, was so gestunken hat wie sonst was, aber tatsächlich das Make-up an Ort und Stelle gehalten hat. Ja, ich war froh, als es leer war, aber ich vermisse so ein bisschen die Haltbarkeit, also das war schon, also bei meinem Jetzt-Ding, also das ist schon sehr, sehr geil gewesen. Ja, dann habe ich so Wimpern-Styler benutzt, auch gebraucht, wie auch immer, auch die habt ihr öfters mal bei mir gesehen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine verhunzte Mascara hatte, wenn die verklumpft waren und ich das dann versucht habe zu retten, dann habe ich solche Wimpern-Styler-Bürstchen genommen. Dann habe ich in dem Tauschpaket von der lieben Jana dieses Produkt drin gehabt, von Lavenie, das ist so ein Nagelöl gewesen. Ich war erst skeptisch, aber dann habe ich das jeden Abend auf meine Füße gegeben und Leute, ich habe große Probleme mit Nagelbettentzündungen und dass meine Nägel einwachsen, weil ich sehr runde Nägel habe. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber mein Nagel ist nicht einfach nur gerade, sondern die gehen halt wirklich hier so zu den Seiten runter. Ist auf meinen Füßen genauso, deswegen habe ich sehr, sehr häufig Nagelbettentzündungen und habe auch schon zwei P's hinter mir. Seitdem ich dieses Produkt verwende, habe ich keine eingewachsenen Nägel mehr. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt. Ich weiß es nicht, aber ich habe jetzt ein neues von Essence, was ich verwende und ich werde es jetzt öfters verwenden, weil ich glaube, dass ich einfach meine Nagelhaut mehr pflegen muss und vielen Dank, liebe Jana, du hast mir echt eine große Last von den Schultern genommen, denn sowas tut einfach weh und ist unschön im Sommer und das ist einfach, ja, danke. Tolles Produkt. Aus dem Bereich Dekorative Kosmetik und Co. packe ich euch ein schönes Trio von Catrice mit rein. Einmal Precious Pigments Loose Eyeshadow, das ist dieser hier in der Farbe 060 Out of Grace, die Prime and Fine Make-Up Transformer Drops, die machen sollen, dass dein Make-Up wasserfest wird und Pure Pigments Lip Lackör in der Farbe 010 Salted Caramel. Kommen wir nun zu meinen Probenprojekten habe ich zum einen von Benefit die Hello Happy Soft Blur Foundation in der Farbe 2, glaube ich, aufgebraucht. Hatte ich auch mit euch zusammen in dem Video getestet, das ist eine Farbe, die passt so gut, dass ich sie mir in groß nochmal nachgekauft habe. Ja, genau. Geiles Teil, hat mich echt glücklich gemacht. Zu dieser Probe hat die Vergangenheitsklaude wieder einen Zettel geschrieben. Das ist hier von Mixer eine Probe von dieser Body Lotion. Da habe ich mir aufgeschrieben, hat nur für die Beine gereicht. Es ist halt eine Probe, was erwarte ich. Der Geruch ist cremig frisch, aber auch leicht männlich. Muss man mögen. Zieht schnell ein, hinterlässt ein frisches Gefühl auf der Haut und ist halt wirklich wieder perfekt was für den Sommer. Ja, ich persönlich bin eher der Fan von so etwas blumig-fruchtigen Düften, aber es ist die perfekte Summer Body Lotion, wenn es darum geht, dass du deine Haut pflegen willst. Das habe ich benutzt. Von Ico Hair Fresh Ups Perfume Sheets. Also, da kommt so ein getränktes Wattepad quasi raus, wo man halt den Finger so reinschieben kann, wie bei den Orwell Wattepads auch und dann musst du dir das so schön auf den Ansatz geben. Und hier so zwischen und überall da, wo halt fettig und so. Danach sehen deine Haare einfach noch fettiger aus. Ja, sie riechen gut, aber sie sehen noch fettiger aus. Furchtbar. Bloß nicht kaufen. Von Clarin Fleur Kangaroo die Augencreme. Die war super schön, die war sanft, die war angenehm, kommt aber nicht in meine Klinik rein. Dann von Cia, ja, Antioxidation, Dulce, Leck and Sensitive Skin, Azaibere Against Tec Neck Effekt. Ja, das war eine Übernachtmaske. Habe ich angewendet wie eine Nachtcreme und hat auch funktioniert wie eine Nachtcreme, denn am nächsten Morgen hast du davon nichts mehr gemerkt. Ja, würde ich mir jetzt auch so nicht kaufen. Die Proben, die ich mir jetzt ausgesucht habe, um sie jetzt im Monat Juli zu nutzen, ist einmal von Erborian Korean Skin Therapy die CC Cream. High Definition Radiance Face Cream Skin Perfector Schlag mich tot. Von Becker First Light Priming Filter Instant Complexion Refresh. Ich denke, das ist einfach ein Mini-Primer, den man halt einmal so benutzen kann. Von L'Oreal Skin Expert Peeling Maske, Tonerde, absolut peelend, porenverfeinernd. Ja, das sind drei Tonerden und rotalten. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte die schon mal, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, die will ich aber auf jeden Fall killen. Dann von Oibos Met für trockene Haut, Oria 10%, eine Körperlotion, reichhaltige Intensivpflege für extrem trockene und rauhe Haut, nachhaltig, hautberuhigend, lindert Juckreiz mit feuchtigkeitsbindendem Oria- und Mandelöl. Jo, das kann ich jetzt auch gut gebrauchen, weil ich einfach sehr, sehr, sehr juckende Haut habe, weil ich total zerstochen bin. Und, als letztes, von Havallian Tropic eine Reise für die Sinne. Ähm, ja, das ist jetzt einfach eine Sonnencreme. Äh, Airsoft, Ultra Light Texture und das soll vor allem fürs Gesicht gut sein. Das ist mit Lichtschutzfaktor 30. Und im Bereich Masken packe ich euch auch noch eine Maske mit rein. Von L'Oreal L'Vital das Rapid Reviver die Tiefenspülung. So, aufgebrauchte Produkte komplett gezeigt. Produkte, die ihr gewinnen können, komplett gezeigt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dich hier oben meine Playlist zu den ganzen aufgebraucht und plattgemacht Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!